Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video, heute mal Optega.de, das hatten wir noch nicht, das wurde mir bei Discord vorgeschlagen, mit dem Type H für 1924,90 Euro, runtergesetzt von 1999,90 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen, dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIPCDKDeals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter, in meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir erst zu dem Bild, das Bild ist einfach nur das Gehäusebild. Gefällt mir so, ist okay, ist jetzt auch keine Glasscheibe drin, das heißt, selbst wenn sie irgendwas da zeigen wollten, was es nicht gibt, geht nicht, weil halt keine Glasscheibe drin ist. Hier steht der Type H, mit aktuellster Hardware liefert er eine herausragende Leistung, verpackt in einem einzigartigen Gehäuse. Naja, aktuellste Hardware kommen wir gleich noch zu, also der Prozessor zum Beispiel ist aus der letzten Generation. Natürlich ist die 7000er Serie von AMD jetzt gerade erst, sag ich mal, frisch auf dem Markt, also seit ein paar Wochen, aber es ist halt nicht die aktuellste Hardware. Dann haben die hier noch so einen Optega Powerindex mit irgendwelchen Strichen. Ich habe jetzt einfach diesen genommen, der irgendwie so etwas über Mittelfeld liegt, damit wir ungefähr wissen, wie da die Preisgestaltung ist. Eine Sache vorweg, ich habe den auch geschrieben, per Mail, weil viele Sachen einfach nicht herausgingen aus dieser Website, zum Beispiel die CPU-Kühlung oder welcher Arbeitsspeicher genau genommen wird und so. Die haben mir aber sofort geantwortet, also abends dann, ich hatte morgens die Mail geschrieben, abends hatten sie mir geantwortet, was genau verbaut wird, das blende ich euch dann auch immer ein. Starten wir mit dem Prozessor, das ist ein AMD Ryzen 7 5800X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Den hatte ich früher auch, habe ich mit gestreamt und gezockt und so, gar kein Thema. Natürlich sind wir jetzt schon in der 7000er-Generation, aber der 5800X ist, weiß Gott, kein schlechter Prozessor. Der ist nur blöd zu kühlen. Liegt an dem Chip-Design. Man kriegt den gekühlt, klar. Nur man muss ganz klar hier sagen, dass der 5800X zum Beispiel schlechter zu kühlen ist als ein 5900X. Wie gesagt, liegt am Chip-Design. Wer da noch Fragen hat, kann sich gerne im Discord melden. Aber alles in allem ist das schon ein guter Prozessor zum Zocken und zum Streamen auch. Das ist schon okay. Und der kostet 228 Euro bei Mindfactory. Jetzt kommen wir hier zum ersten Problem. Hier ist kein Kühler angegeben, was ja normalerweise dann als nächster Step folgt. Ich habe den geschrieben und die sagen, die verbauen hier eine Arctic Liquid Freezer 2 240. Das ist auch die ganz normale, die nicht RGB beleuchtet ist oder so, ist auch egal bei diesem Gehäuse, weil es sowieso geschlossen ist. Da ist keine Glasscheibe drin. Die Wasserkühlung ist auf jeden Fall eine gute Wasserkühlung. Eine 240er auf einem 5800X, das funktioniert, solange man halt nur zockt und ein bisschen streamt. Wenn ihr da jetzt zehnmal den Cinebench rennen lässt, dann wird es vielleicht auch irgendwann ein bisschen knapp, kommt auch immer aufs Gehäuse an. Aber das ist in dem Fall noch völlig in Ordnung. Das ist sowieso aktuell eine der besten Wasserkühlungen, die ihr sowieso auf dem Markt kriegen könnt. Neben der 360er und 420er und so, die es natürlich davon noch gibt. Ich habe zum Beispiel von der Variante die 360er mit RGB und lasse die auf ein 12700K rennen und der kommt nicht über 70 Grad. Und ich finde es auch wirklich sehr schade, dass sie das einfach nicht angeben, weil das so ein Punkt ist. Jeder denkt jetzt, was ist da für ein Kühler drauf? Ist das vielleicht so ein bummeliger Luftkühler oder so? Das ist wirklich eine vernünftige Kühlung, aber sie schreiben es halt einfach nicht dabei. Finde ich schade. Und ihr solltet vielleicht auch an die Problematik denken. Der Hersteller schreibt es halt nicht hin, also der Systemintegrator. Das heißt, für ihn ist das offen. Wenn ihr das Ding jetzt bestellt und ihr bekommt vielleicht doch einen Luftkühler und habt eigentlich mit dieser Wasserkühlung gerechnet, könnt ihr den nicht dafür belangen, weil ihr ja sowieso offen habt, was ihr genau bekommt. Mir wurde aber in der Mail schon gesagt, die wollen die Website noch überarbeiten und dementsprechend werden sie das wahrscheinlich noch einfügen. Das ist auch durchaus etwas, womit man flexen kann mit dieser Wasserkühlung. Ist halt einfach so. Ist schade, dass es nicht dabei steht. Und die kostet 80,59 Euro bei csvdirekt.de. Die Grafikkarte ist eine GeForce RTX 3070 beliebiger Hersteller. Hier steht halt nichts dabei. Mir wurde auf Anfrage gesagt, dass die aus einem Pool zurückgreifen von Gigabyte, MSI oder Asus. Wir nehmen jetzt in dem Fall einfach die MSI Ventus 2X 8GO CLHR, die 3070. Aber auch hier ist das Problem, selbst wenn sie euch jetzt eine Inno 3D schicken würden, was jetzt nicht schlecht ist, aber selbst wenn sie es machen würden, könntet ihr die dafür nicht belangen, weil es halt auf der Website einfach nicht drauf stand. Das hier ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte für Full-HD und WQHD Gaming. Solltet ihr auf 4K gehen, braucht ihr auf jeden Fall eine stärkere Grafikkarte, am besten noch mit mehr VRAM. Aber ansonsten ist das in dem Preisbereich noch völlig üblich, dass diese Grafikkarte genommen wird. Manchmal gibt es auch schon eine 3080, das liegt aber immer am Systemintegrator. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 599 Euro bei Mine Factory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 32GB, 2x16GB, also Dual Channel, das ist schon mal sehr wichtig. DDR4, 3600MHz. Auch hier wisst ihr nicht, kriegt ihr G-Skill, Corsair, Team Group oder irgendwas in die Richtung. Ich habe nachgefragt, es ist Team Group. Das ist auch partout nicht schlecht, ich habe jetzt keine schlechten Sachen darüber gehört, auch nichts gelesen. 3600MHz sind okay, 32GB in der Preisklasse müssen auch sein, meiner Meinung nach. Und das ist eigentlich schon in Ordnung. Ist zwar nur CL-18 RAM. CL-16 RAM kostet aber auch wieder deutlich mehr. Das ist schon okay. Und der kostet 93,98€ bei Mine Factory. Der Speicher ist eine SSD mit 1000GB M.2 NVMe SSD. Das ist jetzt halt so eine Sache. Das kann eine Samsung 980 Pro sein, das kann aber auch einfach eine Kingston NV1 oder NV2 sein. Da habe ich auch wieder nachgefragt. Es ist eine NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100MB die Sekunde. Ein Terabyte ist noch okay. Ich hätte mir jetzt 2TB gewünscht, gerade bei 2000€. Das ist so Pi mal Daumen. Leg ich für mich fest. Was ihr damit macht, ist euer Ding. Es reicht fürs erste erstmal aus. Das ist so ein Mittelding. Es gibt natürlich auch SSDs mit 7000MB und auch welche mit nur 1500MB die Sekunde. Das ist wie gesagt ein Mittelding. Völlig in Ordnung. Zum Zocken reicht das auch dicke. Die wird unter anderem auch gerne von Dubaro genommen. Zum Beispiel bei den Hardware-Deals-PCs ist die öfters mal mit drin. Das passt. Und die kostet 59€ bei Mine Factory. Auch hier wieder das Thema Motherboard. Ein X570-Chipsatz-Hersteller AMD. Könnte Micro-ATX sein. Könnte Full-ATX sein. Könnte ASRock sein. Es könnte ASUS sein. MSI Gigabyte. Sie haben mir hier auch geschrieben. Und in dem Fall gehen sie auf ein ASRock X570 Phantom Gaming 4. Das hat hier oben leider keine gekühlten Spannungswandler, aber immerhin hier an der Seite. Vier RAM-Bänke. Hier kann die Grafikkarte verbaut werden oder muss auch verbaut werden auf jeden Fall. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier zum Beispiel so ein kleiner WLAN-Chip oder ähnliches. Und hier unten kann noch eine SSD verbaut werden. Des Weiteren habt ihr noch drei Erweiterungsslots für Capture-Cards oder ähnliches. USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne haben wollt. Oder eben auch eine WLAN-Karte. Geht auch. Bei den Anschlüssen haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-Innen, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1. Das ist irgendeiner davon. Kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber einer wird es wohl sein. Sechsmal USB 3.0. On-Bord-Grafik könnt ihr bei dem Prozessor nicht benutzen. Der hat keine integrierte Grafikeinheit. Bei der 7000er-Serie zum Beispiel von AMD haben alle Prozessoren eine integrierte Grafikeinheit. Brauchen tut ihr das nicht. Ihr habt eine Grafikkarte, das passt dann schon. Und einen PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Ist für alte Bürotastaturen und Mäuse habt ihr eh nicht zu Hause. Scheiß drauf. Das ist jetzt kein Billig-Board, es ist kein Mikro-ATX, das mit den gekühlten Spannungswandlern, die oben dann fehlen quasi. Das ist so ein Thema für sich. Aber es ist eigentlich schon okay. Kann man machen. Und das kostet 172,92 Euro bei csvdirekt.de. Das Netzteil ist ein Big Quiet Pure Power 11 700 Watt. Das hat fünf Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Gut, das mit dem Kabelmanagement ist ein bisschen schade. Geht euch aber eigentlich nichts an, weil das Ding sowieso fertig gebaut zu euch nach Hause kommt. Dann muss halt der Systemintegrator schauen, wer die Kabel irgendwo hinten im Gehäuse verstaut. 700 Watt für das System völlig ausreichend. Könnt dahinter auch noch eine stärkere Grafikkarte verbauen, wenn ihr das möchtet. Das passt schon qualitativ. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, Kabelmanagement wäre noch ganz nice gewesen, ist hier jetzt nicht dabei. Das sind halt so Sachen, wo ich dann drauf achte. Für mich persönlich. Wenn ich jetzt eine Fertigkiste kaufen würde, was ich nicht tue, aber wenn, dann lege ich da Wert drauf, weil ich dann selber entscheiden kann, welche Kabel ich dann hinten im Gehäuse rumfliegen habe und welche eben nicht. Und das kostet 86,33 Euro bei Völkner.de. Das Gehäuse ist ein Fractal Design Meshify 2 Compact. Das hat schon 240er Lüfter in der Front vorinstalliert und 120 Millimeter Lüfter hinten. Das heißt, der Airflow ist auch gegeben, weil es auch eine Meshfront hat. Wie gesagt, keine Glasscheibe. Es gibt Leute, die wollen sowas auch nicht. Das passt auch. Hier sind auch keine RGB-Komponenten irgendwie verbaut, was rausleuchten könnte. Das ist schon in Ordnung. Das kann man machen. Qualitativ ist das Gehäuse auch okay. Und das kostet 138,90 Euro bei Cyberport. Software ist Windows 10 Pro. Ja, natürlich gehen sie bei einem Ryzen 5800X auf Windows 10 Pro. Ihr könntet aber auch Windows 11 installieren. Ist kein Problem. Das machen die meisten Systemintegratoren aber bei den neueren Intel-Prozessoren, weil die diese Performance und Efficiency-Kerne haben. Hat AMD halt nicht. Weder in der 5000er noch in der 7000er Variante. Das ist soweit also schon in Ordnung. Wie gesagt, upgraden könnt ihr sowieso nach Bedarf. Passt. Und das kostet 26 Euro bei IT-Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows 10. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.474,72 Euro. Das System soll kosten. 1.924,90 Euro. Das ist ein Weihnachtsangebot. Das sind 450 Euro auf Preis. Das ist schon viel. Das würde ich nicht machen an eurer Stelle. Ich habe mir jetzt nur den rausgenommen. Jetzt sagt ihr natürlich, guckt ihr die anderen bitte auch noch an, weil die haben insgesamt vier Stück in diesem Shop. Wenn man jetzt hier klickt, dann sieht man, die haben Typ L, Typ M, dann eben den Typ H, den wir uns angeguckt haben und den Typ G. Alles Weihnachtsangebote. Die Sache ist einfach die, bei den anderen PCs stehen die Komponenten eben auch nicht dabei. Hätte ich denen jetzt eine Mail geschickt und hätte denen gesagt, ich hätte gerne vom Typ L, Typ M und so weiter die ganzen Listen, beziehungsweise was sie da genau verbaut, dann hätten die vielleicht gewittert, äh, was will der Typ jetzt von uns? Warum will er die Einzelteile überall haben? Und deswegen habe ich die jetzt nicht genommen. Es kann gut sein, dass der Typ L oder Typ M ganz grob gesehen nicht zu teuer ist. Ich habe jetzt dieses Mittelding gewählt, den Typ H, weil danach kommt noch ein 2500 Euro PC und der war einfach deutlich zu teuer. Obwohl es ein Weihnachtsangebot ist. Gut, das sind jetzt irgendwie 75 Euro, die da runtergegangen sind. Trotzdem ist er immer noch 450 Euro zu teuer. Und viele schreiben in den Kommentaren, das sehe ich immer häufiger, ey, du musst die Versandkosten noch berechnen dann bei deinen Geilzeitslisten. Ja, das ist richtig. Wenn man die Teile jetzt bei Mine Factory zum Beispiel sucht, ist zwischen 0 und 6 Uhr bei Mine Factory. Versandkosten frei, ab Warenwert 150 Euro. Genauso gibt es Amazon Prime oder auch, äh, was weiß ich, irgendwie, wenn man jetzt alle Sachen bei einem Hersteller, in dem Fall jetzt vielleicht CSV direkt oder so bestellt, einmal Versandkosten. Da habt ihr maximal, sag ich, 10 Euro Versandkosten, vielleicht sogar 20, wenn das Gehäuse noch dabei kommt und die das extra verschicken und extra berechnen. Kann gut sein. Aber bei 450 Euro Aufpreis mache ich mir keine Gedanken mehr über den Versand. Wirklich nicht. Wenn ihr selber bauen würdet. Mine Factory zum Beispiel hat die Preise jetzt auch erhöht. Ich habe ja immer gesagt, Mine Factory nimmt 150 Euro fürs Zusammenbauen. Dem ist nicht mehr so. Kostet jetzt irgendwie knapp 190 Euro. Aber 450 sind dann immer noch zu viel. Ist halt einfach so. Muss man so sagen, wie es ist. Also halten wir kurz fest, den Typ H würde ich auf jeden Fall nicht kaufen, weil es auch nicht aktuellste Generation, so wie sie es anpreisen und viel zu teuer. Was mit den anderen Kisten ist, weiß ich nicht. Ich hoffe ja, dass die dieses Thema aus der E-Mail wirklich aufgreifen, die Website aktualisieren, dass man wirklich weiß, was drin ist. Und dann mache ich auch gerne nochmal ein Video zu den anderen PCs. Wenn ich jetzt wieder eine Mail schreibe, wie gesagt, dann wittern die, dass da irgendwas im Argen ist. Also bleiben wir jetzt erstmal beim Typ H und der war zu teuer. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und joint unseren Discord, falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder auch mal eine Config braucht. Das ist alles kostenfrei. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschau, 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 tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.